Kleiner Kalli, da ist eine Katze drauf gemalt und wenn eine Katze drauf gemalt ist, dann ist das für die Mieze Katzen. Für die Mieze Katzen, Stilli. Ja. Ey. Oh, und das sind Sachen für mich. Guck mal noch. Lachgummis. Nochmal Lachgummis. Oh, super. Lecker, 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 ne? Ja. Ne, Kinder, da könnt ihr knicken, dass ihr meint. Gehst du davon runter? Ich werde verrückt. Mandelspitzkuchen. Die schmecken so lecker. Die sind so lecker. Oh, die habe ich hier auch noch nicht gehabt wieder, ne? Wo will die denn hin? Was trinken? Ja, gut. Hm, Domino-Steine. Oh, wie toll. Guck mal, Kinass. Und die sind auch so super. Nürnberger Obladen-Lebkuchen. Die sind auch so, so furchtbar lecker. Ja, könnt ihr mal in Mainz. Und guckt mal, Teechen. Tee für auf die Schnelle. Da braucht man nämlich nur heiß Wasser drauf tun, ne? Ja. Nicht immer diesen selbst zubereiten, ne? Den ich immer vergesse, dann abzusein. Was ist los, Dili? Super Waldbeere. Auch lecker. Und Kellogg's Frosties. Ich glaube, die habe ich auch noch nie probiert. Super. Ich liebe ja so Cornflakes-Zeug. Lecker. Vor allem Original von Kellogg's. Kellogg's ist hier so unbeschreiblich teuer. Aber ich bin beim letzten Mal bei Spar für Schreck hintenüber gefallen. Habe mir das echt verkniffen zu kaufen. Ja. Oh, super. Dankeschön. Tschü-Tschü-Tschü-Tschü. Du brauchst nicht knurren. Das sind meine Sachen. Ha. Hä? Ja, kleine Maus, hm? Da kommt die Steli ja schon wieder. Hä? Ach, du kommst wieder mit deinem Balli-Rest, ne? Du hast doch, ein Piep-Matz hast du doch. Ein Piep-Matz hast du doch. Noch mal wieder spielen, spielen. Die Sonne scheint draußen, müssen wir raus.